Für uns war wichtig, dass wir eigentlich einen Klebstofflieferanten finden, der unser ganzes Portfolio abdecken kann, der im Grunde qualitativ mit unseren ganzen Materialien zusammenpasst und im Ganzen das Ganze abrundet und eigentlich die Ergänzung zu unserem Produktfenster ist. Und aus diesem Grunde haben wir uns hier in der Produktion betroffen und sehen da im Hintergrund die automatisierte Klebstoffapplikation unseres Zwei-Komponenten-Silikones und ganz wichtig bei der automatisierten Klebstoffapplikation ist, dass die Position und die Menge definiert vorgenommen wird, um dann später die Prozesssicherheit und die Funktionalität des Benzers sicherzustellen.